Armand hat also endlich erkannt, dass wir die Stadt übernehmen, schickt aber trotzdem nicht seine eigenen Männer. Ihr habt euch die falsche Seite ausgesucht. Der König ist unwichtig, solange es eine starke Königin gibt. Ihr werdet ihren Tod hundertfach bezahlen. Tötet sie! Aber lasst das Großmaul am Leben. Ich habe Pläne mit ihm. Es wird gefehl!